Wo ist die Zunge? Was für ein furchtbarer Moment. Sunshine, Sunshine Reggae. 33 Zungenküsse in 3 Stunden. Heute wird geknutscht. Das ist aber schon viel. Für einen Player wie dich kein Problem, oder? Ich hatte schon schlimmere Aufgaben. Die Zeit läuft ab jetzt. Das lass ich mir nicht zweimal sagen. Dann stapft er davon und denkt, er wäre der große Mainberg-Superstar. Und dass das heute ganz easy wird, wird es nicht. Hallo ihr zwei. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt am besten mache. Deswegen mach ich's am besten gleich ganz direkt. Ich würd gern mit euch knutschen. Lasst uns einfach mal knutschen. Ich hab einen Freund und der ist nicht anwesend. Wenn man sich das genau durchrechnet, dann heißt das ja, 33 Küsse in 3 Stunden. Ich muss so ungefähr alle 5 Minuten eine finden, die mit mir knutscht. Mädels, wer möchte mit mir knutschen? Das wär total nett, wenn ihr das schnell ... Ich muss irgendwie meine Taktik ändern, oder? Wie gleichgültig gehen die denn einfach weiter? Erstens möchte ich dich unbedingt küssen. Ich muss gegen ihn gewinnen. Kann man, wenn ich lieber ihn küssen würde? Das ist schlecht. Das fehlt überhaupt nicht. Also, was für ein furchtbarer Moment. Oh, 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 da geht das Ego so klein runter. Also, hier klappt das einfach gar nicht. Ich muss aufs Festivalgelände, wo mehr Party ist. Welcome to Summer Jam. Ich würde gerne mit euch knutschen. Nee, komm. Nee. Ich musste mir was einfallen lassen und irgendwie offensiver werden. Ich weiß, es gibt so vielere Methoden. Es muss mit der Zunge sein, sonst zählt es nicht. Das ist ganz wichtig. Okay. Das war Nummer 1. Jetzt nur noch 32. Danke dir. Wir zwei sind beide in unseren besten Jahren. Okay, komm her. Nummer 2. Neuberg. Lass ich zählen. Jetzt einfach mal vorne im Graben die Gloobies abgreifen. Ich steh nicht auf meiner Sorge. Ja, und der Graben war gut für sein Ego, hat er dann mal mit zwei, drei rumgemacht. Gut. Soll er machen. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mal kurz eine kleine Pause machst und einen kleinen Happen isst. Nee. Komm mal mit. Nein, ich will jetzt nicht essen. So ein Apfel, das ist ja schon auch gut. Der gibt einem Energie und da kannst du jetzt die restlichen eineinhalb Stunden oder so durchhalten. Ich würde sagen, da beißt du einfach mal rein in den Apfel hier. Der Gag ist doch noch richtig scheiße in deinem Apfel. Oh Gott, das ist so ekelig. Das ist gut. Jemand Lust zu knutschen? Boah. Ich riech's bis hierher. Nein, das ist doch nicht gut. Zusammen schaffen wir das. Ja, das ist doch schön. Nein, 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 nein. Kurz, kurz, kurz. Reicht, reicht. War jetzt Nummer acht. Nummer acht? Das läuft ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Jetzt habe ich schon den zweiten Typen geknutscht und der hatte vorher eine Asia-Pfanne gekämpft. Wir haben dünne Zwiebel, Alter. Anderthalb Stunden oder was? Ich mache jetzt zehn auf einmal. Zehn auf einmal, nicht? Wollt ihr knutschen? Das wären gleich sechs. Das wäre fantastisch. Manchmal muss man sie umkreisen und dann ... Ja gut, dann löst sich alles auf und dann ... Ja! Ja! Die Hand drauf, ich geh. Ja, Zwiebel musste ich essen. Ich musste Zwiebel essen. Ja, das tut mir leid, das tut mir so laut. Endlich zweistellig! Ja. Aber nur so ein Küsschen. Küsschen mit ein bisschen Zunge und das passt schon. Und vielen Dank auch an deinen Ehemann. Zu langsam läuft's. Wie lange ist noch? Das ist noch eine Stunde 15. Für die nächste Viertelstunde könntest du mal ein bisschen was tun, um dich so ein bisschen beliebter bei den Leuten zu machen. Was richtig gut ankommt. Das geht gar nicht. Also diese Rastermütze ist echt unverschämt und wirklich scheiße. In der nächsten Viertelstunde zählen nur Leute mit Rasterhaaren, so wie du. Scheiße! Wie tief kann man noch sinken, ey? Ich weiß nicht, ob es normal ist, aber ich spüre hier so einen Druck. Ich weiß nicht, ob mir da echt ein Herpes wächst jetzt. Viertelstunde vorbei, du hast jetzt noch eine Stunde. Nimm dieses blöde Ding wieder, das ist wirklich eine Beleidigung für die Leute. Ganz ehrlich. Aber aufgeben ist natürlich nicht. Schön, dass ihr da seid. Das geht wirklich nicht so. Das geht nicht um Himmels Willen. Das ist nicht mit der Schmerz. Das, jetzt hier. Jetzt hier. Nein, das geht nicht. Komm mal, komm. Sehr gut, dann. Punkt, Punkt. Irgendwann habe ich gesagt, scheißegal. Ich nehme alle, auch Typen. Alle. Boah, mit dem Dungel. Gehst du mal ran. 22, und wie viel Zeit noch? Noch eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde? Okay, noch elf Leuten eine halbe Stunde. Jetzt ist es zum ersten Mal machbar. Es ist zum ersten Mal machbar. Ich brauche noch in einer halben Stunde elf Leute, die mit mir knuschen. Das schaffen wir doch zusammen, oder? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Das ist eure Schuld, was das passiert. Ich brauche jetzt nicht. Ich brauche mich. Der reich schon! Paul, sauber! Es läuft zu gut. Nein! Zum ersten Mal, nein. Zum ersten Mal, heute habe ich die Chance zu gewinnen. Zum ersten Mal, heute habe ich die Chance. Nein! Wir machen jetzt ein paar, bisschen ein paar gelbe Zähne. Und dann diese gelben Zähne, Zwiebelgeruch. Meinberg braucht noch fünf Stück. Oh Gott, Mann! Ich verliere doch jetzt nicht diese Scheiße! So, wen gibt's hier noch? Leute, Leute! Ich brauche euch! Wirklich, das ist ganz wichtig! Nein, das kann nicht sein! Es wird richtig knapp für dich! 3 Minuten 55! Ihr seid meine letzte Rettung, ihr seid genau fünf Leute! Ich habe gesagt, bitte, 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 jetzt keine Gruppe von vier, fünf Stück, weil dann hat er es! Wenn wir alle kurz knutschen, dann haben wir zusammen das Ding gewonnen! 45 Sekunden! Nein, jetzt lass mich mal machen! Euch brauche ich! Wir müssen kurz knutschen! Vielen herzlichen Dank, das war sehr schön! Noch vier Leute! Können wir auch schnell... Ähm... Ganz kurz! Let's kiss! But very fast, because I just... No! Nein, das kann nicht sein! Nein, das... Das bestreite ich! Das bestreite ich! Ich bin für 29 Zungenküße auf dem Regen-Festival, da kann man mal ein Like da lassen! Und schaut euch noch Challenges an, die ich der Ari aufgegeben habe! Und hier könnt ihr ein bisschen Fetisch angucken von Die Frage! Und abonnieren nicht vergessen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!